Hallo, kommen wir zum dritten Teil des NerdSec Tutorials und heute geht es um Einstellungen und genauer gesagt um Projekteinstellungen, weil es gibt noch Systemeinstellungen, aber heute kommen die Projekteinstellungen und wie der Name schon sagt, hier geht es rein um projektbasierte Sachen. Projekteinstellungen werden auch mitten im Projekt abgespeichert oder geladen und dafür gehen wir jetzt mal zum Projektbildschirm, die Projekttaste und hier haben wir eine Reihe von Einstellungen, die wir halt durchführen können. Dann fangen wir einfach mal von oben an, das Tempo, ich drücke mal auf Start, sind dann 128 BPM, Shift links und rechts, aber in einem BPM-Schritt einstellen und Shift oben und unten, 10 BPM. Das Ganze geht von 1 bis 500 BPM. Na, darunter, da drunter kommt die Transforce-Einstellung, die hatte ich im ersten Tutorial schon angegeben. Wieder zurück. Dann kommen wir zum Load-Menü oder Projektladen, drücke ich hier auf OK und dann kriege ich alle Projekte, die auf der SD-Karte stehen, angezeigt. Und wenn ich auf OK drücke, dann lade ich das Projekt. Mache ich jetzt auch direkt mal und man sieht, es wird geladen und da ist es schon. Gehen wir zurück zum Projektbildschirm. Dasselbe mit Speichern. Ich drücke auf Save, drücke auf OK und dann kann ich einen Projektnamen geben und das mache ich jetzt auch mal. Dann kann ich hier einfach editieren. Tutorial 3 und dann auf Ready und dann speichert er das Projekt ab. Sekunde, da sind wir schon. Das nächste ist der Punkt Load Sample und es gibt zwölf Sample Slots und in die zwölf Sample Slots kann man Samples reinladen. Und das können wir unter anderem hier machen oder auch hinterher im Sample Pattern Bildschirm. Dann machen wir mal. Drücken wir hier auf OK und da sehen wir die zwölf Schlots, die wir benutzen können. Und drücke ich wieder auf OK und dann kann ich ein Sample auswählen. Auch wieder von der SD-Karte. Dann nehmen wir mal den Hover. Ah, der schöne Hover. Ich sehe dann auch die Wellenform unten und die kann man auch vorhören, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Shift nach links oder nach rechts, kann ich auf dem linken Kanal oder auf dem rechten Kanal vorhören. Den linken habe ich jetzt gerade nur angeschlossen. Der Hi-Hat. Dann laden wir noch die Kaubel dabei. Und hier kann man die Samples auch genauso vorhören. Das war der Lade-Sample-Punkt. Das nächste ist Load Sample Block. Und das ist auch eine Geschichte, die werde ich später nochmal genauer erklären. Ganz einfach. Es gibt ja leider nicht so viel Samplespeicher. Und hier kann man während das Projekt am Abspielen ist oder während man gerade mit seinem Live-Set beschäftigt ist, kann man den kompletten Sample-Blocks von den zwölf Samples austauschen. Wenn man das geschickt macht, dann kriegt man das auch gar nicht mit während des Sets. Und das kann man halt hier machen. Hier kann man verschiedene Blöcke abspeichern und wieder zurückladen. Und da gibt es auch halt in der Sequenz gibt es eine Funktion, die halt Block zurückladen kann. Das nächste ist Track Assign. Und damit können wir, wir haben ja acht Tracks oder acht Spuren. Und damit können wir die acht Spuren eine bestimmte Funktion geben oder einen bestimmten Typ zuweisen. Na, in dem Fall, die ersten sechs Tracks sind moduläre Tracks, also CV und Gate-Ausgänge. Und Track 7 und 8 ist Sample oder halt Audio. Und wenn ich jetzt eins zum Beispiel anpassen will, zum Beispiel Track 1, will ich jetzt gerne, dass das ein MIDI-Track wird. Dann kann ich hier drauf gehen und die Einstellung ändern. Da geht es zuerst durch die möglichen Expander, die da sind. Und dann kommt ihr hier beim MIDI. Drücke ich auf OK und dann habe ich den Track zugewiesen. Track 1 ist jetzt speziell für MIDI ausgelegt. Können wir uns mal kurz angucken. Wenn ich hier ein neues Pattern mache, gehe ich da rein, dann sehe ich auch, dass es abweicht von zum Beispiel einem CV oder von einem modulären Track. Hier haben wir die Noten und dann die Triggers oder Gates und so weiter. Und bei einem MIDI-Track haben wir da hier zum Beispiel Noten und das ist die Velocity, also die Lautstärke, womit die Note gespielt wird. Und das haben wir hier viermal, weil ein MIDI-Track ist, vierfach Polyphon. Und da haben wir hier weitere Einstellungen. Und so kann man halt die Tracks zuweisen, spezial für bestimmte Funktionen. Und das bedeutet auch nicht, dass man die normalen CV- und Gate-Sachen nicht auch in dem Track machen könnte, weil das geht auch noch. Das ist dann Track Assign. Dann könnte ich hier auch sagen, dass der Sample Track, ich will jetzt nichts mit Sample machen, sondern das soll jetzt CV-Expander sein, dass er dafür halt benutzt werden kann. Gehen wir mal weiter. Das sind die Clock-Einstellungen. Und Clock-In ist halt, womit der Sequencer angetrieben wird. Und wenn es intern ist, dann ist der Sequencer selbst der Antreiber von der Clock oder er generiert dann selbst die Clock. Da sehen wir oben auch die 128 BPM. Diese Clock wird dann generiert und läuft auch mit dem Sequencer. Und eine andere Einstellung ist für externe moduläre Clock mit 24 PPQN. Das heißt, hier wird der Sequencer über ein externes Clock-Signal von 24 PPQN angetrieben. Das nächste ist Mod Clock. Und da wird er halt von auch einer 1,16. Clock angetrieben. Das heißt, mit jeder Clock geht er einen Schritt weiter. Ganz einfach gesagt. Kann man natürlich auch anders einstellen. Aber das ist erstmal die Basis. Und dass man von MIDI die Clock kriegen kann. Und dann kriegt man halt über den MIDI-Expander die Clock-Signale rein. Und dann haben wir noch ein DIN-Sync. Und das ist auch ein 24 PPQN-Signal. Wobei der Reset-Eingang wird dann für das Start-Signal benutzt. Stehen wir mal zurück. Und dann haben wir die Clock-Ausgänge. In dem Fall werden die Clock- und Reset-Ausgänge für eine normale 1,16. moduläre Clock eingestellt. Das heißt, mit jedem Schritt wird eine Clock generiert und geht dann raus. Wenn der Sequencer gestoppt wird, wird auch ein Reset-Puls ausgegeben. Und somit sind alle wieder synchron. Dann haben wir ein DIN-Sync 24. Und das ist auch wieder ein 24 PPQN-Clock, die ausgegeben wird. Und das Start-Stopp-Signal. Das heißt, wenn der Sequencer startet, dann ist der Reset-Ausgang 1. Und wenn der Sequencer gestoppt ist, ist das Reset-Signal 0. Dann haben wir Edit-Mode. Mit dem Edit-Mode kann man einstellen, ob man editieren will oder nicht. Das ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel ein Live-Set macht. Und man ist dann hier beschäftigt. Man will nicht zufällig dann auf einmal sein Pattern kaputt machen. Also, dass es auf einmal anders klingt. Das können wir hier mitmachen. Also, nehmen wir an, ich mache jetzt mal hier ein Pattern. Das geht ganz einfach. Ich kann da reingehen und eine Note einfügen. Wenn Edit-Mode ausgeschaltet ist, kann ich hier auf OK drücken, kann ich kein Pattern machen. Und wenn ich hier reingehe, kann ich das auch nicht mehr abändern. Mache ich auch immer gerne bei Messen, wenn ich da bin, damit Leute nicht die Sequenz, die da läuft, ruinieren. Gut. Edit-Mode machen wir wieder an. Dann haben wir die Live-Cue-Points. Und in dem Fall ist es auf 16 Schritte eingestellt. Und das kann man wieder hier oben sehen. Ich habe mal die Maus dabei. Sequenzer starten. Da können wir oben die roten Punkte sehen. Oder halt gleich die schwarzen Punkte, wenn er da schon war. Und das sind die Punkte, wann man ein Pattern schneller starten kann. Das heißt, wenn ich zweimal Start drücke, dann würde der einen Cue-Punkt auswählen, um das zu starten und nicht den Nulldurchlauf vom Sequencer. Das ist dann alle 16 Schritte. Und das kann man auch anders einstellen. Da sieht man auch direkt, dass da halt mehr Cue-Punkte beigekommen sind. Gut. Ich habe das immer auf 16. Dann haben wir Input-Record-Setup. Da werde ich jetzt nicht tief drauf eingehen, weil da kommen wir nochmal hin, wenn wir tatsächlich über das Aufnehmen reden. Aber gehen wir mal da rein. Da kann man halt Einstellungen machen für die CV-Eingänge und für die MIDI-Sachen, wie man die benutzen will. Und für das Sega Gamepad. Es geht um Aufnahmeeinstellungen oder halt Live-Einspieleinstellungen. Man könnte ja zum Beispiel ein MIDI-Keyboard benutzen, einfach live damit spielen und er gibt das aus auf einem oder mehreren CV-Ausgängen. Gehen wir aber nochmal drauf ein, wenn es soweit ist. Dann kommen wir zum MIDI-Clock-Ausgang. Standard wird im MIDI-Clock auch auf dem MIDI-Interface ausgegeben und das kann man auch ausschalten. Dann kommen wir zum Main-Clock und die steht erstmal Standard auf 64 Schritte. Das heißt, das ist diese Basis-Clock, die man oben und unten sieht, ist grundsätzlich 64 Schritte lang. Aber das könnte man auch einstellen auf zum Beispiel 16 Schritte und dann geht es auch nicht weiter als diese 16 Schritte. Und somit könnte man sowieso Standard viel kürzere Patterns benutzen, aber auch eventuelle ungerade rhythmische Sachen generieren. Und das geht dann halt weg von dem Vier-Viertel-Takt. Gut. Und ganz unten haben wir ein neues Projekt. Wenn man halt ein neues Projekt machen will, drückt man hier auf OK. Und dann fragt er, ob man das auch nicht machen will. Das mache ich auch mal. Drücke auf Start. Und dann ist alles leer. Die Expander werden wieder detektiert. Und dann hat man halt ein neues Projekt. Gut. Ich denke, das war es erstmal wieder für jetzt. Und beim nächsten Mal kommen wir dann zu den Systemeinstellungen. Systemeinstellungen. Und dann sehen wir dann die Systemeinstellungen.